Jetzt verstehe ich, wenn ich mich gut hier auskenne. Jump! Das ist aber süß. Ich kann nicht das tauschen. Gegen Opfermesser oder so. Oha, was ist hier los? Es ist eigentlich ziemlich kalt hier. Röger das. Es wärmt schnell. Die Morgen sind kalt in Boulder, oder? Ja, sie sind. Was hast du da oben? Ich meine, was ist das Leben? Ich habe einfach viel Zeit mit Julia. Oh, also hast du jemanden da? Aber du hast ein bisschen Zeit, oder? Wir... Ich bin entschuldigung. Kannst du diese Gedanken halten? Ja, sicher. Ich werde weiterentwickeln und hoffe, dass es warm wird. Heyo. Ich glaube nicht. Warum hast du? Was? Okay, gut. Nein, ich glaube nicht, dass er eine Idee hat. Ich bin sicher. Ich bin sicher sicher. Ich bin sicher sicher. Ich bin 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 sicher. Ich habe mich gewollt vergessen. Ich gucke einfach mal ein bisschen da rum. Schau mal her. Muss ich da jetzt rum oder was? Ich sehe nie Muschinenmus. Nördlich, du gut, das ist alles nördlich, ne? Prüfe die Fernmeldeleitung. Wir gehen einfach mal weiter. Das kann man falsch machen, kann man da nix. Jetzt ist es bleidig, super. Eigentlich wieder Kacka gebaut. Gut. Ich weiß es nicht. Ich möchte es auch nicht wissen, ob wir aufkommen oder so. Oder irgendwas. Aber ich denke mal, es wird noch spannender. Wird bestimmt noch richtig spannend. Und bitte keiner, wenn ihr das Spiel kennt, nicht verraten. Das ist doof. Da ist noch so eine Kiste. Komme ich da so dran? Bestimmt nicht. Nee. Ja, die Geräusche sind komisch. Ja, in Schilfern frage ich. Und der Code da ist aber echt schwer, ne? Ja. 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 6 feet down under. Okay, und schau mal was drunnen. Nö. Hmm. Oh, wie cool! Ui! Kann ich mit holen? Ah, klar. Oh, meh, 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 meh. Das ist überhaupt nicht sonderbar. So, du musst jetzt meinen Lieblingstannen zapfen. Kiefern zapfen. Äh, ich kann mich hinbeleiten. So, weg. Warte mal kurz. Muss ich jetzt den Leitungen? Geht doch hinten noch ein Weg weiter. Jo. Oh, 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 ui! Kein Thema. Ich bin so ein bisschen empfindlich. Bei Long Dark, da kann schon ein Zentimeter Höheunterschied, prallt der sich schon das Bein. Deswegen bin ich hier ein bisschen empfindlich grad. Oh, leck, das gibt's doch nicht. Das sind die... Bestimmt die Weiber waren das. So, haust das. Was ist das? Es gibt ein paar abgesiellen Ecken, hier. Wie ist es noch so? Jijuck. Wie können diese Mädchen so dumme? Oh, was denn sie immer so dumme? Was? Nein, ich warte nie. Ich warte nie. Ich warte nie. Ich warte nie. Als mal war. Ich muss aufräumen, es tut mal leid. Da oben, das hat mich keiner gesehen. Das soll ich aber an die Mädels. Wo ist mein Turtle? Ich will mein Turtle raushole. Also, ihr wisst ja, was ich bin. Komm ich da überhaupt nochmal hoch? Hm, ein Pickel? Wie ein Weg. Wie ein Weg. Lass mich mal kurz mehr Arbeit machen, bitte hier, ja? Ich bin Feuerwutscher. Mit einer Weiber stimmt was nicht. Das sind bestimmt so... In der Weiber stimmt was nicht. Glaub mir das nur, ey, mit Frauen stimmt allgemein was nicht. Und die da sind besonders schräg drauf. Oh, da ist schon wieder Bier los. Mona Suren. Wyoming Red Eagle. Okay. Diese Schweine, ey. Komm ich gleich, da haben sie was liegen. Komm mal, die Saukipp. Komm ich dann doch hin. Hey, so the wire is definitely down out here. I just found it. Yeah, the thing is, it doesn't look like the wind. It looks like it was cut deliberately. I knew it. The moment you said you found their trash. These idiots are gonna pay. Do they realize this is how people die? I mean, what if something happened to one of my lookouts while this was going on? And God forbid there's an actual fire burning out of control. What do you want to do? I want you to go find them. And then what? Bring's um? I haven't thought that I'm ahead. Oh, Gott, da ist schon wieder davon geredet. Drück gerade. Everything that comes to mind is illegal. Oh, yeah? Hey, I came out here for a breath of fresh air and some adventure. What do you got? I think I want you to just find them and scare the hell out of them. Yeah, I'd make a spooky ghost costume, but they stole my sheets. I don't know. Wait for them to wander off and wreck their camp. Something that would make a teenage girl run home to mommy and daddy. I'll find them. Thanks. But I'm gonna need a raise. Don't hold your breath. Don't hold your breath. I start by hiking back towards your tower and just keep an eye out for anything that would lead you to them. Oh, they're big into Red Eagle. So, wie viel zaufen die zwei, huh? They took down from there. Maybe they looped back around towards the lake or something. I doubt they were where they were yesterday, but they obviously can't have gone far. with the air force. With the air force. And the air force. And here, that's all. That's all right. Ah, ich komm hier doch gar nicht runter, ne? Na, ich gucke erst mal. Ich komm hier schon klar. Ne, jetzt kann ich wirklich nicht runter. Kannst nicht runter gehen. Was muss ich machen? So, die Teenager Cut. Da geht es aber noch weiter. Wo ist der See? Der See war... Der ist ja hier. Ne. Der musste irgendwo... Doch, das war der. Ok, ich geh mal nach oben gucken. Die hat gesagt, soll ich zurück? Ah, wir suchen mal ein bisschen. Wir suchen mal ein bisschen. Da haben wir die Bierdosen. Alles klar. Alles klar. Alles klar, ich komm immer näher. Die saufen aber echt wie ein Loch. doch. Und vor allem, wie viele Bierdosen müssen die dabei haben? Und oben hat schon wieder eine Unabbuchse gelähnt, ne? Irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas stimmt da nicht. Da sind Bierdosen. Doch. So, wenn ich da jetzt runtergejumped wäre. Und jetzt hier weitergehen mit der Bierdosen. Das ist jetzt mal ein bisschen. Und jetzt hier. Und jetzt hier. Und jetzt hier. Und jetzt hier. Ich könnte mein Schildgrützlang dort dran knabbern lassen. Ja, die Junior hat ja Bock. Und da weiter. Und jetzt zum See. Links. Was? Was sind denn die Bierdosen wieder? Wahrscheinlich ein falscher Weg, ne? Ich hab's keine Bierdosen mehr. Oh. 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 Ja. Oh. Es ist ein. Ach. Wie ist denn? Auch, ich bin nicht. Das ist ein schall. Das ist ein Schall. Das ist ein Schall. Ich hoffe, dass ich sie einfach aufhören kann, glaube ich. Oh, das pack kam mit einer solchen Cardboard-Single-Use Cameras. Mit pictures left? Ja, nur drei oder vier. Neato. Danke, Brian Goodwin. Wait, wait, who? Der Bag hat den Namen Brian Goodwin sewn in den Top. Huh. Wow. Du kennst ihn? Ja, ich habe einfach nicht den Namen in ein paar Jahre. Hm. Was ist er ein Freund mit ihr? Hm, ja. Es war so heiß und schwer. Natürlich, Brian Goodwin war 12 Jahre alt, so, weißt du, dass unsere Liebe nie wirklich nicht entstanden ist. Ich blöde. Nicht über ihn zu sein als 12 Jahre alt. Das Teil ist wahr. Er wurde in zwei Forks, mit seinem Vater, Ned, drei Monate später. Ja. 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 Da haben wir nochmal eine Kiste. Sehr schön. Ein, zwei. Da haben wir die drei. Und da haben wir die vier. Ja. Wir sind gespannt, ob was drin ist. Ich habe die Karteninformationen nie richtig gemacht. Hi Dave. Warte mal, wie nächste Woche mit Debbie ausgeht. Nein. Nicht dieser Schlappschwanz von Steve, sondern ich. Ron höchstpersönlich. Ich war oben in Two Forks, um in den neuen anzusehen. Habe dann gehört, wie er mit sich selbst redet. Also mehr als üblich für einen Brandwäschter und beschlossen mich lieber von ihm fernzuhalten. Weißt du noch, als du den Typen bei Chimney Rock dabei beobachtet hast, wie er sich auf den Hängematte mit sich selbst vergnügt hat? Ich glaube langsam, die bei der Forstverwaltung neben nur geistesgestört und perverse. Außer uns natürlich. Wir sind die Crème de la Crème. Was stoßen wir auf Debbie an? Ron. Aha. Ich weiß nie, wie was das gut ist. Ich wollte es mal mit. Na mal hier. Oh, versteinerte Kralle. Kann ich das als Waffe benutzen? Ich kann mit dem Ding nur... Wow. Mehr nicht? Wow. Aua. Ist aber nicht zu, ne? Ich kann jetzt jeder ran. Egal. So. Äh. Ich muss jetzt... Südosten. Da weiter. Oh, Quatsch. Ja. 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 Ich weiß, ich bin ein bisschen ein Outlier. Ich bin eigentlich married. Aber du bist hier. Sie ist sick. Und ich sollte nicht hier sein, aber ich bin. Ich bin... Ich bin... Sorry, Henry. What is it? We'll get into it. Okay. Well, in the meantime, you are here and it's beautiful and escaping isn't always something bad. Ja. Sure. Look, I gotta go do a thing, but I'll have a radio. Okay, call me if you need to. Ja. Scheine, jetzt schon lange habe ich hier das Mikrofon. Ja. 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 Ich bin echt nicht. Ich bin echt nicht. Aber ich mache jetzt. Na, die nächsten Mal, wenn du in einer Bar und ein Banker stöpst auf deinem Fuß so he kann orderen als Krabbe martini, du hast nur das Name zu benutzen. Ja. 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 Ich gucke jetzt schon. Ich gucke jetzt schon. Das war's. You know, how the hell you ended up out here? Actually, I went looking for the job. I just wanted to get out of town for a while. Well, you've come to the right place. Thanks to last summer, we got a bump in forest service budget and can actually afford to have you. Hmm. Oh, you're talking about that giant fire that probably caused some damage. Turned an entire jamboree of brownies to dust. Brownies don't have jamborees. Well, they should. And you don't know what the hell I'm talking about, do you? I do not. Jeez. I mean, the federal government almost let Yellowstone National Park burn to the ground. Ring a bell? Yellowstone is like, what, 15 miles away. Why would they do that? Well, the short story is that for 60 years, we got very good at not letting forest fires happen. And then about 15 years ago, they decided that forest fires in wilderness areas like Yellowstone should be left to burn. So that's what they did. I can't believe you didn't hear about this. There were reports that the entire park was gone. Dan Rather telling the country that President Reagan didn't care on the nightly news? I mean, what the hell is he going to do? Smoke jump in and snuff one out for the giver? So what should they have done? I don't even know. By the time the Yellowstone folks realized the little fires weren't going to burn themselves out, 100,000 acres were gone. It's Yellowstone, you know? People don't want to touch it. But we touch it every single day. But hey, I got a 30 cents an hour raise because we can't have another fiasco. The goddamn park can burn down again. Mm-hmm. Ow. I'm on top of a natural bridge out here. Really? Is it a complete arch? Uh, no. I guess the bridge is out here. Still, I think I could jump this gap to get across the canyon. Well, you're a regular Evel Knievel. Oh yeah, you should see the jumpsuit I'm wearing. Muss ich nochmal gucken, ob das jetzt... Wo gehe ich denn jetzt eigentlich hin? Komm, ich schamper mal da drüber. Wann ist es, wenn ich da runter angehe? Okay. Das ist, wenn ich da runter... ...un fluss entlang. Aber es reizt mich, mir da hoch zu gehen. Könnte aber auch falsch sein, ne? Ja. Ich muss noch ein bisschen gucken. Ah, jetzt gehe ich da auch hoch. Doch der andere will ich besser gehen. So praktisch zurückgehen, ne? Hm, ich gehe mal am Fluss entlang. Ja, ich habe gerade zu entschieden. Am Fluss entlang. Wow. Kann das falsch sein? Klar, aber ich gucke trotzdem mal. Vielleicht ist es ja... Hast du ja auch nicht so viel Auswahl mehr. Also musst du schon irgendwie dann nochmal drauf treffen. Wäre wahrscheinlich dasselbe gewesen, ne? Ich muss mal gleich noch einen Energy-Trink irgendwie besorgen. Was ist das? Was ist das? Sie hat Alzheimer's. Ich verstehe, was passiert war. Du bekommst nicht Alzheimer's in deinen vergangenen 30 Jahren. Kein Verrückung. Aber dann bekommst du es nicht, bis sie nicht mehr arbeiten konnte und ich konnte sie nicht alleine lassen. Es war nicht bis dann, dass ich gesagt habe, oh, das ist es. Das ist es. Das war schwer. Ich bin sorry, dass du so ein Downer bist. Nein, nein, nein. Ich bin froh, zu hören. Und, du weißt, wir versuchen, etwas Spaß im Sommer. Ich versuche es. ... Hey, du tollst das? Guck! Ja, ich glaube so. Das thinne Blume der Smoke. Ja, sieht aus wie weit nach dem Südwesten. Ja, ich glaube so.